Die Energiewende ist in vollem Gange, doch erfordert der Umstieg auf erneuerbare Energien auch neue Lösungen und innovative Kooperationen. Wir haben Billfinger mit an Bord geholt, weil Billfinger in der Lage ist, sowohl Luft- als auch Wasserdampfsysteme zu planen und zu bauen. Für den Erfolg unserer Technologie ist es wichtig, dass beide Systeme komplett aufeinander abgestimmt sind. Ein wichtiger Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein beiderseitiges Verständnis für die Interessen und Belange der einzelnen am Projekt beteiligten Unternehmen. Nun ist es gelungen, in diesem Projekt die Synergien und die Kompetenzen beider Unternehmen zusammenzuführen. Der Engineering-Experte Billfinger entwickelt und beliefert Siemens Gamesa mit der Anlagentechnik für die Errichtung eines ETHES-Energiespeichers inklusive Rückverstromung. In Zukunft soll unser Strom vornehmlich aus erneuerbaren Quellen stammen. Und um das zu bewerkstelligen, brauchen wir riesige Energiespeicher im Gigawatt-Stundenbereich, die auch noch zuverlässig, flexibel, skalierbar und kostengünstig in Betrieb sind. Wir haben uns darauf fokussiert, einen kostengünstigen Speicher zu entwickeln, der im großen Maßstab überall auf der Welt realisierbar ist. Und so funktioniert der Wärmespeicher inklusive Rückverstromung. Weht viel Wind und die Nachfrage nach Strom ist gering, wird die überschüssige Energie ähnlich wie mit einem Heißluftfön auf eine Steinschüttung übertragen. Das heißt, die Steine speichern die Energie als Wärme. Beim Ausspeichern erhitzen die heißen Steine wiederum den Luftstrom, der dann einen Dampfkessel beheizt, dessen Druck über eine Turbine einen Generator antreibt. So kann die Energie wieder den Energieversorgern zugeführt werden. Mit dieser Kooperation ist uns wirklich was Tolles gelungen. Wir haben einen Partner an Bord geholt, der wirklich sehr viel Erfahrung hat im Kraftwerksbau und uns dadurch geholfen hat, Risiken zu minimieren. Heute bei einem Baustand von 90 Prozent können wir sagen, das ist alles nach Plan verlegt. Mit der Kooperation zwischen Siemens Gamesa und Billfinger ist die Umsetzung einer zukunftsweisenden Anlage gelungen, welche neue Geschäftsmodelle ermöglicht und einen weiteren erfolgreichen Schritt für die Energiewende bedeutet.